Hallo, hier ist die Gartenmoni. Heute kann ich euch keinen Gartentipp geben und auch keinen Haushaltstipp, weil ich kann heute im Garten nichts machen, zumindest jetzt die nächsten zwei Stunden nicht. Ich muss nämlich Eisenpfosten streichen vom Zaun. Es hat jetzt die ganzen Tage geregnet und jetzt kommt nämlich am Montag der Handwerker hier am Zaun und bis dahin müssen die Pfosten gestrichen sein. Und da es jetzt heute doch trocken bleibt, ich habe sie schon abgetrocknet mit einem alten Handtuch, kann ich jetzt nachher mal anfangen. Ja, ich habe mir alles hergerichtet und ja, ich mache das selber, ist ja ein Glacks eigentlich, ne, streichen. Ich nehme da so eine Plastiktüre und eine Wanne habe ich da, aber ich glaube, ich muss die andere nehmen. Ich habe nämlich ein dunkelgrün und ich weiß nicht, ich habe immer Angst, das färbt da ab. Dann nehme ich lieber die neue und schütte es dann da rein. So, dann mache ich hier mal auf. Hallo. Ja. Du streichst wohl. Ha, meine Tochter, die will mir helfen. Ja. Die Kerstin, ne, kennt ihr ja schon. Ich will jetzt streichen. Warte mal. Willst du streichen? Ne, du hast gerade gesagt, du hast hier noch eine andere Wanne. Ja, die muss ich wegschmeißen. Weil wenn die Farbe, da habe ich Angst, wenn man eine hellere rein tut, dass dann doch was abblättert, dass das weich wird und dann habe ich lauter so Farbsplitter drin. Ach so. Du musst trotzdem nicht wegschmeißen. Warte mal kurz. Echt? Ja, warte mal. Ha, was meinen Sie denn jetzt? Die Jungen wissen immer alles besser, aber vielleicht hat sie doch eine Idee. Wir lernen ja auch dazu, ne? Alufolie. Du kannst nämlich, wenn du solche so alte Wannen hast, die kannst du trotzdem verwenden. Und zwar kannst du das einfach so machen, dass du eine Alufolie nimmst. Kleiner Malertipp. Du nimmst einfach so einen Stift, das ist ein bisschen länger, das heißt die Wanne selber. Reist es ab. Aha. Und jetzt? Und jetzt legst du die einfach hier rein. Ein bisschen in die Ecken rein drücken. Ah, vorsichtig. Und dass er halt nicht reißt. Ja. Ja. So. Und dann ist die hier jetzt komplett ausgelegt und abgedeckt. Ah. Und jetzt kannst du hier deine Farbe reinschütten und ganz normal damit malern. Und wenn du fertig bist, kannst du nämlich einfach nur die Alufolie runter tun und wegwerfen und kannst diese Wanne selber, die kannst du x-mal verwenden, bis sie zerbricht. Ah, das ist stark. Das ist ein guter Tipp. Mhm. Aber woher hast du den Tipp? Ja. Wir haben doch was... Kleine, kleine Geschichte dazu. Mein Freund Andi und ich, wir haben einen alten, was heißt den alten, ausgedienten Rettungswagen zum Wohnmobil umgebaut. Da setzen wir euch oben mal den Link zu unserem YouTube-Kanal rein. Könnt ihr mal anschauen. Und da wir ja auch die ganzen Möbel selber gebaut haben, mussten wir extrem viel streichen. Und da sind wir auf diesen Tipp gestoßen und haben das bei den ganzen Malerarbeiten angewandt und das war echt ein Segen. Also wir haben eine einzige Wanne benutzt für die ganze Zeit und haben immer nur die Alufolie ausgezaugt. Das ist klasse. Das ist echt super. Das ist gut. Dann schüttel ich jetzt mal, dann muss ich es mal aufmachen. Aber dann... Also ich habe jetzt Fingernägel dran. Wenn man in die Ecken reingeht, dann muss man dann aufpassen, dass man die Alufolie nicht beschädigt, ne? Ja, mir ist das auch mal passiert. Dann geht die Farbe zwar durch und landet auf der Wanne, aber du kannst ja dann trotzdem... lässt es einfach trocknen oder wischst es dann wieder aus und tust halt die nächste Folie dann wieder drüber. Du kannst die Wanne dann trotzdem weiterverwenden. Bloß währenddessen kann es halt sein, dass da ein bisschen Farbe wegläuft. Am besten ist es, wenn man schon beim Reinlegen der Folie immer in die Ecken ein bisschen vorsichtig reintrifft. Dann passiert das erst gar nicht. Jetzt braucht es bloß noch aufgehen, ne? So, jetzt auch. Ah ja, die muss man aber dann trotzdem noch umrühren. Da habe ich dann wieder einen Tipp für euch. Wir essen ab und zu Sushi und da gibt es ja diese Holzstäbchen dazu. Und die sind echt stabil. Die nehme ich oft für kleine Pflanzen als Stützstäbchen. Und da kann man auch schön die Farbe damit verrühren. So. Da rein. So. Außerdem habe ich ja Einweghandschuhe auch da, ne? Die müsste man erst einmal anziehen. So. Und dann rühre ich jetzt und dann schütte ich das einfach da rein. Genau. Machst du das ja mit so einem Schaumroller, sehe ich gerade. Ja. Ja, ich habe aber bloß jetzt einmal erste Stunde Zeit, da muss ich einmal aufhören. Und dann mache ich dann später weiter. Ja. Ja. Was machst du denn mit dem? Ach, du machst später weiter? Ja. Ja. Ja, normal ist, bei den Schaumrollern ist ja so, dass die Farbe dann hintrocknet. Und wenn du es dann wieder weiter benutzen willst, dann dröttelt die ab. Und dann passt diese ganzen Brocken. Ja. Da dran hängen. Ja, ich muss halt eine neue nehmen. Neue müsste auch. Da habe ich nämlich auch noch einen Tipp für dich. Und zwar kannst du diese Rolle, wenn du die benutzt hast und weißt, du brauchst die nochmal, dann kannst du die abmachen und das ganze Ding in eine Frischhaltefolie wegnehmen. Nächster Tipp. Ach. Weil dann, wenn das luftdicht abgeschlossen ist. Frischhaltefolie. Also mit Alufolie kann man wohl nicht nehmen. Kannst schon. Du musst nur schauen, dass du das so gut einwickelst, dass es halt echt luftdicht verpackt ist. Ah ja. Und dann hält es auch etliche Tage. Und du kannst es dann nach zig Tagen eben auch wieder verwenden. Das haben wir auch gebraucht. Weil wir haben ja hauptsächlich am Wochenende gebaut und dann haben wir am Wochenende gemalert und sind dann nicht fertig geworden. Oder die nächsten Teile haben wir dann noch machen müssen am Wochenende drauf dann erst. Und dann haben wir das teilweise echt ein oder zwei Wochen liegen lassen. Schön verschlossen, eingewickelt. Und das hat nie Probleme gemacht. Das funktioniert richtig gut. Also da kann man sich ordentlich Müll und vor allem auch Geld sparen. Geld sparen, oder? Weil man muss ja nicht immer wieder nachkaufen. Und Müll, ja genau. Na gut. Dann werde ich jetzt mal anfangen. Dann weiß ich jetzt, wie sparsam, dass ich arbeiten kann. Und dann, das ist klasse, weil dann brauche ich mir nicht immer wieder neue Wannen kaufen. Ich mache das nämlich wirklich nicht gern. Das ist mir einmal passiert. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, was das für eine Farbe war. Und dann gebe ich eine helle Farbe rein. Vorher war eine dunklere drin. Und dann hat sich das ein bisschen abgeblättert. Und dann habe ich die andere Farbe mit dringekacken und habe es wegschmeißen müssen. Aber das ist toll. Also gut, ich fange an. Verbilder Ich hoffe, ich habe einen Linken SYRK. Ich hoffe, ich habe ihn zu schliere. Und dann habe ich einen Linken aus. Eher Fall ist nicht gleich willkommen. Ich hab… Dann haben wir die vieraisiaイ dynamics und einen gleichen eagle apare cancer. So. Geht ganz schnell. Vielleicht werde ich sogar in einer Stunde fertig, aber ich probiere das trotzdem mit der Frischhaltefolie. Bin ich neugierig. Ich bin immer neugierig. Ich muss immer selber ausprobieren, was ich auch empfehle. So, ich muss jetzt einmal Schluss machen. Ich habe noch drei Pfosten. Die mache ich dann später. Und jetzt werde ich einmal den Rat befolgen, den Maika sie gesagt hat, mit Frischhaltefolie oder erst einmal was anderes. Sonst muss ich das doppelt alles anlagen und mache mich doch voll. Ach, jetzt lege ich es daher. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss dazu sagen, ein kleines Löchle habe ich reingemacht. Also, wenn es jetzt wirklich so klappt, wie sie gesagt hat, dann werde ich das nächste Mal zweilagig die Alufolie reinlegen. Vielleicht ist das besser. Oder eine stärkere, obwohl das ist eine ganz normale Alufolie. So, jetzt schaut einmal her. Ich wickel das jetzt mal auf. Da ist es durch den Punkt durchgegangen, durch das ganz kleine Löchle. Ein bisschen was, aber das ist... Normalerweise ist das nicht der Fall, aber das kann ich jetzt gleich einmal wegwischen. Ich gucke mir das auf die Seite. Jetzt ziehe ich mal meine Handschuhe aus und fahre drüber, damit ich es euch beweisen kann. So, schaut her. Nix. Das ist das Alte noch. Es geht auch nichts ab. Normalerweise geht eben keine Farbe durch, aber irgendwie bin ich da hingekommen und habe damit ein kleines Löchle gemacht. Es sind ein paar Tropfen durchgegangen. Ist jetzt nicht schlimm. Aber das wische ich ab und dann kann ich das tatsächlich immer wieder verwenden. Ich habe noch zwei neue, also die werden ewig neu bleiben, mit der Alufolie. Ein super Tipp, Kerstin, muss ich sagen. Man kann nicht von den jungen Alu auslernen, gell? Ja. Gut. Dann räume ich das aber auf die Seite und nachher lege ich wieder Alufolie rein. Das mal mache ich es dann doppelt und dann mache ich meine Pfostenkopf fertig. Und das da, das brauche ich ja wieder dazu, diesen Schaumroller. Und da habe ich mir die Frischhaltefolie geholt und sie hat ja gesagt, weil jetzt ist ja gerade nicht da, sonst hätte sie es ja selber nochmal machen können. Man soll es luftdicht einpacken. Mache ich einmal den Griff mit dazu. So. Wickele ich das einmal rum. Das da, nah kommt nichts raus. So. Jetzt habe ich es einmal ganz dicht zugemacht. Und so bleibt das weich. Also der Schaumroller bleibt weich und ich kann den wieder verwenden. Auch wenn ich das erst in ein paar Stunden mache. Oder auch erst morgen. Wenn euch das Video und der Tipp gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und abonniert unseren Kanal. Und... Beide am besten. Bitte? Beide am besten. Beide am besten. Schaut euch Frankenwagen.de an. Ja. Auf Youtube. Und ja und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss eure Gartenmoni. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Diby Cool. Schraub,い К taste, anstattel sein. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017